Ein Katastrophen-Thriller, der es in sich hat. Das ist unser Science-Fiction-Abenteuer, ein Riss in der Welt. Hautnah können Sie auf ProSieben nun miterleben, wie die Erde untergeht. Meisterhafte Tricks und ein enormer technischer Aufwand lassen unser Spektakel ausgesprochen realistisch wirken. Schuld an dem Schlamassel sind die Wissenschaftler. Ein ehrgeiziger Atomforscher will das Energieproblem der Menschheit ein für allemal lösen. Aber sein Rezept ist leider unbrauchbar. Er produziert einen Riss in der Welt.